Eine Gruppe aus Paris, Latirai, mit Balkano Free Folk aus der Barszene, die in Paris sehr sehr lebhaft ist. Vielleicht ist das ein Ansporn für Sie alle eines Tages da dort reinzuschauen. Meine Damen und Herren, das Programm des WDR Weltmusikfestivals 98 ist kein gewöhnliches. Es entspricht, wenn Sie wollen, dem Charakter einer Entdeckungsreise. Und dazu gehören stilistische Brüche. Und jetzt auf uns kommt ein radikaler Wechsel zu. Sie werden es sehen, es erhöht einfach die Aufmerksamkeit des Zuhörers. Ich möchte Sie mit Les Tambours de Braza bekannt machen. Dieses Projekt ist 1991 in der Banlieue von Brazaville in der Demokratischen Republik Kongo entstanden und der Initiator ist Emil Biajenda gewesen. Er ist auf der Bühne schon und sitzt am Schlagzeug. Emil Biajenda war zu der Zeit ein sehr guter Jazz-Schlagzeuger. Er hatte sehr sehr viel im zentralafrikanischen Raum gemacht, aber er wollte auch etwas für seine eigene Kultur machen. Und so kam er auf die Idee, dieses Trommel-Workshop ins Leben zu rufen, verschiedene Percussionisten zusammen zu rufen und sie dazu zu bringen, die verschiedenen Rhythmen, die es in Kongo gibt, zu kombinieren. Das, was aus diesem Workshop geworden ist, können Sie gleich erleben. Dazu gibt es eine sehr ausgefallene Choreografie. Und ich kann auch noch etwas zu dem ersten Stück sagen. Dieses Stück wird in der traditionellen Gesellschaft des Kongo bei der Geburt von Zwillingen gespielt. Wir haben hier ein tolles, lebhaftes, junges Publikum bei uns, ganz klar. Also, ich habe genug geredet, jetzt können die Trommel sprechen. Hier sind les Tambours de Brasa. Wir haben hier ein tolles, aber hier sind die Trommel-Verde und die Trommel-Verde. Denn es ist ein般, ganz klar. Wir haben hier einzogenes, haben hier ein gewünder Geist. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Wir haben die Auslösung ausgelebt, wo es geht? Es gibt das sehr einfach, wenn man schon mal so ist, ob es zu kaufen, dass es so ein bisschenibenzen kann. Also, es ist man ein Problem, aber es ist mir so ein Problem. Es ist un Problem, aber es ist mir so ein Problem. Es ist ein Problem, aber es ist mir so ein Problem. Es ist mir so ein Problem, aber es ist mir so ein Problem. Musik 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 Schöpfe, schöpfe, schöpfe Schöpfe Und schöpfe 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 I don't know, I don't know, I don't know. Oh-oh-oh 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 Overoh Oh, ha, oh, ha, Chau, boża, Chau, Chau. Oh, ché, Chau, boża, Chau, Chau, Chau. Yoh. Vielen Dank.